Gib mir 300, dann verwandele ich mich. Oh Mann. Dann hauen wir mal voll hier. Leute, ich schreie nicht Verwandlung. Oh, wunderbar. Ich bin so voll. Na gut, dann wollen wir mal Verwandlung. 100 weggenommen habe. Hey Kumpel, hast du ein paar Sternteile für mich? Ich habe so einen Hunger auf Sternteile. Komm schon, gib mir 700 Sternteile. Dann verwandele ich mich. Ach ja, wir müssen ihn ja füttern. Ach ja, gut. Okay. Kein Verschießen, kein Verschießen. Wir haben keinen, der daneben gehen darf. Okay, er ist voll. Oh, wunderbar. Ich bin so voll. Na gut, dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Ja, wird gemacht, Jeff. Hey du Kumpel, hast du ein paar Sternteile für mich? Ich habe so einen Hunger auf Sternteile. Gib mir 1000, dann verwandele ich mich. Das ist ein männlicher Gourmet, Luma. Die anderen waren weiblich. Deswegen habe ich den anders gesprochen. Versteht ihr? Ja. Und jetzt friss. Oh, wunderbar. Ich bin so voll. Na gut, dann wollen wir mal Verwandlung. Ja, ja. Hey du Kumpel, hast du ein paar Sternteile für mich? Ich habe so einen Hunger auf Sternteile. Gib mir 1200, dann verwandele ich mich. Okay, hier hast du. Aber pass auf, dass du dir den Mund schön offen hältst. Wir wollen ja nicht, dass was daneben geht. Das wollen wir nicht. Das wäre ganz, ganz doof. Oh, wunderbar. Ich bin so voll. Na gut, dann wollen wir mal Verwandlung. Verwandelung. Okay. Oh, du armer Toad. Tut mir leid. So, schauen wir mal an hier. La, 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 la. Hey du Kumpel, hast du ein paar Sternteile für mich? Oh, ich habe so einen Hunger auf Sternteile. Gib mir 1000 verwundert, dann verwandele ich mich. Juchu, oh ja. Oh Gott, dann komm mal her, du. Nichts daneben gehen lassen? Mach den schönen blauen Lippenstift Mund schön auf, ne? Das ist Lippenstift. Tut mir leid. Das ist voll. Guckt euch das mal an. Das ist Lippenstift. Oh, wunderbar. Ich bin so voll. Na gut, dann wollen wir mal. Verwandlung. Okay. Oder denken die Leute sind schlechter oder was? La, 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 la. Hey du Kumpel, hast du ein paar Sternteile für mich? Ich habe so einen Hunger auf Sternteile. Gib mir 1800, dann verwandele ich mich. Juchu, oh ja. Blaue Lippen. Das sind Lippen, tut mir leid. Also schaut mal, wenn ihr gleich den Mund wieder zu habt. Schaut euch das mal an. Das sind Lippen, ja? Das sind so hart Lippen da. Schaut, Lippen, blaue Lippen. Oh, wunderbar. Ich bin so voll. Na gut, dann wollen wir mal. Verwandlung. Okay, haben wir. Hätten wir gut hin gekriegt, ne? Leid. Zwischenmenschliche Kontakte. Ich hasse das. Ne, ist natürlich nur ein Spaß, ne? Ja, so, dann gib mal her. Du kriegst jetzt 2000 Sternteile von mir. Dann verwandelst du dich. Das habe ich mittlerweile mitgekriegt, ne? Das habe ich jetzt nicht extra vorgelesen, weil die sowieso jedes Mal den gleichen Scheiß lagen. Aber da das ja auf so viel, 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 viel Freude trifft, werde ich es natürlich machen. Verwandlung! Tatsächlich, wir haben beide geschafft und damit haben wir es auch schon. Also es ist wirklich nicht viel gewesen, ne? Ich bin so hungrig, gibst du mir 100 Münzen zu essen? Die sind so lecker. Wenn ich 100 Münzen esse, verwandele ich mich. Ja, komm, geh her, fress. Na, komm. Oh, fein, ich habe gerade auch einen solchen Kohldampf darauf. 100 Münzen für ein In-Level-Luma, ja? Gourmet-Luma. Oh ja, das war's, mein Bauch ist zu voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Gourmet-Luma, komm her, du wirst zuerst gemacht jetzt. Ich habe keine Lust, was anderes zu tun. Wenn wir die Münzen schon haben, dann machen wir das jetzt. Ich bin so hungrig, gibst du mir 70 Münzen zu essen? Die sind so lecker. Wenn ich 70 Münzen esse, verwandele ich mich. Ja, gut, dann hau rein, ne? Oh, fein, ich habe gerade einen solchen Kohldampf darauf. Oh ja, das war's, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Ja, ja. Oh, guck mal her. Wer fährt da nicht sofort? Ich bin so hungrig, gibst du mir 30 Münzen zu essen? Die sind so lecker. Vor allem in dieser Moment, wenn man sich denkt, da ist nichts, dann dreht man sich, dann läuft man einen Schritt weiter und plötzlich sieht man auch so ein scheiß Gourmet-Luma stehen. Oh ja, das war's, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Mal, komm, hüpfst du rauf da, bitte? Danke. So, sprechen wir mal. Na, ich bin so hungrig, gibst du mir 15 Münzen zu essen? Die sind so lecker. Wenn ich 15 Münzen esse, verwandele ich mich. Okay, dann kriegt er die, ne? Oh, fein, ich hab gerade einen solchen Kohldampf da rauf. Meine Güte. Oh ja, das war's, mein Bauch ist zu voll, dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Yeah, da ist er auch schon. Sprechen wir mal. Ich bin so hungrig, gibst du mir 30 Münzen zu essen? Die sind so lecker. Wenn ich 30 Münzen esse, verwandele ich mich. Meine Güte. Oh, fein, ich habe gerade einen solchen Kohldampf da rauf. Ja, dann hau rein, ne? Ist ja nur Geld. Oh ja, das war's, mein Bauch ist zu voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Alles klar. Ah, ich bin so hungrig. Gibst du mir 30 Münzen zu essen? Die sind so lecker. Wenn ich 30 Münzen esse, verwandele ich mich. Okay. Okay, dann komm mal her. Ach so, er kriegt die direkt. Dann ist er super, dann muss ich gar nichts drücken. Das ist voll geil. Oh ja, das war's, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Ja, war schlecht. Ich weiß nicht. Passt schon. Passt wirklich schon. So, dann komm mal her, du. Komm mal her, du. Gib mir mal bitte deine Medizin. 20 Münzen kriegst du in jedem Fall hier. Ach, ich mag das Spiel. Oh, fein, ich habe gerade einen solchen Kohldampf da rauf. Oh je. Oh je. Oh ja, das war's, mein Bauch ist zu voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Fünfmal würfeln, 100. Ach, du Kacke. Ja, komm, einmal. Das kann natürlich sein, dass wir da mega viele Leben rauskriegen oder so, ne? Oh je. Oh, ich bin so voll. Verwandlung! Yay. Aber muss das denn sein? So, du willst hier 100 Münzen. Das ist in Ordnung. Die kriegst du. Für was anderes brauchen wir die doch eh nicht. Ich seh's kommen. Ich krieg fünf Würfel. Und mit diesen fünf Würfeln kann ich nichts anfangen, ja. Verwandlung! Yay. Okay. Hey. Hey. cheap. Hey. Hey. Vielen Dank.